Joliuszenos, was geht? Unser Letztes Willkommen zu mir heute in Folge Mario Party 10 Der Gamer burscht doch wie am Schlüssel Ich möchte diesmal Bowser sein Ja, ähm, weil ich auf Neustarten gedrückt habe, muss ich jetzt das Video abbrechen, weil, ähm... Weil bei den Charakterswolle mache ich kurz den Cut So, Bizarro Wolf wurde gewählt, äh, die Computer lassen wir wieder auf sehr stark Ihr kennt das ja, Leute Schreibt mal in die Kommis, wenn ihr Juicy Drop kennt und das schon mal gegessen habt Also, gelutscht habt Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Emily nochmal irgendeine dämliche Schleifwerbung macht Ich möchte gerne als nicht in diesen Namen bezeichnet werden Ich möchte gerne als extrem bezeichnet werden Du wirst vielleicht als Werbekampagne bezeichnet, wenn du nicht aufhörst Ich hab Peppa-Mollchen gerade gehört Ich glaube, Peppa-Mollchen als Beispiel viel geiler Alias Ich schwöre Emily wird dabei nicht sein Ich schwöre Ich schwöre Ja, aber du auch nicht Ich schwöre, ey So eine 3 so viel jetzt mal am Anfang und was... Kriege ich dabei? Eine Leerrand Ich schwöre, eine Leerrand Ich schwöre mir das Ich schwöre, ich schwöre ich mich D-E-R-S-T Ja Jörschi, setzt sofort den Würflein, der ist Oh, Geino! Boah, warum habe ich wieder so Hunger auf irgendwas Schnitzelartiges? Vielleicht war ich die ganze Zeit über Kauf vorreden? Haha, ich liebe Schnitzel und Lohn und... Haha, ihr seid nur... Der ist eine Bauder, der ist für den Westen noch einmal... Warte mal, ich muss mal kurz einen Cut setzen So, dann gehts weiter Oh, das war ein Cut Oh So, trotzdem hörst du jetzt auf zu nerven, weil sonst können wir das ganze Video aufbrechen Und das will keiner, weil das macht keinen Spaß Warum? Neuwürfel Nochmal Wirbeln Ich hab wieder Wirbeln besiedelt Na Ha Wir sind trotzdem vorne, du Loser Haha, dafür nur drei Haha, dafür ist wieder Bowser würdest Jetzt wütender Bowser Bowser ist wütend Bowser, Bowser Jetzt aber weiter Bowser Komm, wir bitte zum Drachennall kommen Kannst du... Also warte Mal nochmal kurz einen Cut Ja, okay, das kannst du... Verwenden Na super, jetzt geht auch noch meine Bratz in Brand Das macht mich nur noch lieber Emily, bitte Würfel Und tu dieses... MMMM Zuckers weg Das ist jetzt ein Video, das kommt online So, jetzt kommt der Drachennall Schatz Und da wird der Gamer-Bursche bestimmt Wenn der mich jeden einen Abonnenten verliert Dann verlierst du deinen Kopf Ja... Ich glaube das hätte man nicht gehört Nachwort sprechen musste Aber mir reicht Das muss ich schon jahrelang ertragen Sozusagen fast mein ganzes Leben Halt du die Knappe, Mama I'm sorry Leute Die liebe X-Ring ist wieder durchgedrückt In die Kuss durchgedrückt Jetzt rät der Gamer-Bursche völlig durch In der in der Spur Ich hatte gesagt ne Wolvao W- table Sorry ich meinte Wutte Fisch Wälde Ich liebe's Er liebt es, auszurasten. Ich liebe es, euch zu verarkeln. Verarkeln? Ich liebe es, euch zu verdönern. Ganz schnell noch. Wer wählt? Emily wählen. Jetzt hast du drei Leben verloren. Du bist im Rottbereich. Tja, was soll ich dazu sagen? Als sie die Goldenen eingeklickt sind, hätten wir den Jackpot bekommen. Aber nein. Und da kann ich direkt weitermachen, ist klar. Erstmal Drachennalschatz, jetzt noch roten Dingsbums. Darf ich gleich wiederum so sein? Ja, aber das ist ein Video. Wenn du überhaupt was bist, dann nur Spuriges. Zum Beispiel ein Cooper. Oder ein Rumba. Die rennen hier nicht auf den Zoo, aber sind eigentlich nicht ganz gut. Weil ich mache mal kurz Zeit. Und auch besser am Tod. Nee, ich? So. Er ist mal wieder durchgedreht, sieht man ihn wieder am TV. Und jetzt muss sie eine Route auswählen. Wenn ihr dich entscheiden willst, dann drück A. Ist das mal angenommen oder so? Nein, geht die unteren. Das ist nämlich gut, ich verarschere mich nicht. Nein, Spaß, da ist böse, da ist böse. Der war auch schon so. Warum soll ich die Klassen nicht sagen? Ja, 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 Bowser-Würfel-Minus. Was darfst du für eine Lacht gewesen mit dir? Hey, du ist ja, die verbrennende Hexer. Komm, würfel uns zum Boss. Würfel uns dahin, Waluigi und Yoshi. Ihr seid unsere Helden. Der Kunstraum von 20 weiterer Mathe-Krimis. Ich geh nach Hause. Immer im Plus zwei Herzen, ey. Ähm, ich denn, No, du kannst nicht mehr so hochgehen. Du bist doch schon so hoch. Pff, Pah, nur ein Scherz. Du, 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 du. Ich stehe jetzt. Hiefti, du, 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 du. Jetzt hast du genau wieder vier. Hiefti, zickzack, zickzack-Ferror. Nur neun. Schöne, schöne, schöne. Schöne, 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 schöne. Was, du, 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 ich, du, 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 du. er hat uns wieder er hat uns wieder nicht geschnappt jetzt kann ich uns dahin wird sie gewohnt ja fast geschafft dann kriegt doch die schnauze jetzt hat emily den letzten treffer machen egal was sie würfelt sie kriegt auf jeden fall dauern wurscht wir kriegen wieder herzen danke für die rettung hier sind ein paar herzen als belohung so dann geht es weiter spieler 2 muss wieder drücken spieler 2 drücke ab ich nehm mir gleich dieses scheiß juicy kopf und da weg wiii im bi-tarot rift der unterwelt jetzt sind wir in der unterwelt und jetzt kommen wir mal drachner schatz und nochmal die rute jetzt kann der wieder zuschlagen ich hasse dich baa luigi i really hate you stop and give them away check them away wir wollen einmal wuuh die mit einem die mit einem die 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 steck mal ich bei der computer die wenn die aus Zeit für Graffiti nun zum dritten Mal das ist so du darfst auslassen So ist das fein. Fein, 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 fein. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hey! So getrohlt sind die! Seht mal, was ich für ein Massaker gemacht hab! Ein Massaker um zu trollen. Ja! Da bist du garst. Tu mir, das muss jetzt sein. Weil du zu böse und zu und zwar hast. Nicht, nicht, nicht. Weil der böse Traurig. Bist du irgendwie krank darüber? Du bist dran! Du bist dran! Du bist dran! Lockisch locker! Lockisch locker! Sieh mal, du! Ach, ne! Ich hab, ja! Sorry, ich hab's nicht gesehen! Natürlich hab ich auch im Kopf! Guck doch mal hin! Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hinkriegt. Knapp, ey! Alter, war das knapp, ey! War das knapp, ey! Der kriegt uns wieder nicht, Leute! Leute! Die Leute haben auch nie wieder rüber! Das wollten die sich das Video ja nicht anschauen! Der darf nicht die Blöse! Ich mein, darfst du jetzt, äh, Routen machen! Ich mein Gott! Zeit für Gravity! Hey! Wie er ausgerastet ist, das kennt man von ihm ab! Geht geradeaus! Ich... Geradeaus kann man nicht gehen! Nach oben! Wo er denn? Noch eine Minute und dran bist du! Vielleicht drei aufs Malen! Drei! 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 Das seh ich! Alter! Ich bin ruhig! Hast du jetzt nicht! Aber Mario gekillt wird jetzt weiter! So! Er dann Emily, würfeln Sie bitte! Erdbeeren, 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 Sie weiter! Wählerbegriff von... Wählerbegriff von Tobi! Oh, wieder plus zwei jetzt mal! Perdons! Oh, wie viele Herzen haben wir schon, haben! 15 Stimmen jetzt noch keinmal gekriegt! Der Gamer-Buch stellt in diesem Part Pech! Und der 6 war Luigi, du bist unser Held! Zielgerade! Wuhu! Der Ziel... Ich bin mal kein Zielgerade! Da kommt noch ganz viele Kurven! Haha! Doch, das war die Zielgerade! Ha! Aber das Ziel ist nicht mehr gerade! Jetzt... Jetzt... Bowser Jonas Wilco... Großer... 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 Böser Bowser-Modus! Aber er kriegt nur... Großer... Böser... Deutsch! Großes... Böses... Deutsch! Ha! Aber du bist nur Dürfel! Geil! Und das große, böse... Juicy Pop! Juicy Pop! Juicy Pop! Ja! Ist mir doch egal! Hauptsache kein Schlechtling! Bruder hör auf! Ah! Hör auf da dran zu Nuckeln! Ja! Ey! Du kannst gar nicht wirklich gehen! Du passt nämlich nicht auf! Dann zieht sich der Part wieder in die... Länge der... Yoshi! Du bist unser Glücksmann! Yoshi Schwänze! Digga! Hä? Was ist da denn so schlimm? Yoshi hat einen Schwarz guck doch mal hin! Guck doch mal hin! Ich weiß! Oh ne! Helfet Junior! Du bist mein Lieblingssohn! Auch weißt du was! Kleiner Junge! I love you! I love you! I love you! Jetzt hab ich jetzt mal fest! Ich hessene 6 Würfel da! Damit wird mir sowas von vernichten! Ja! 15er kann sich locker schaffen, oder? Ja! 29! Ey! Ist doch pech! Schaut einfach den anderen Weg gehen! Nein! Nein! Der ist nicht! Oder einfach quer durch den anderen Weg! Ich brauche das ja nicht! Das war nichts denn! Jetzt bekommt das das erste Mal, aber wir haben 15 Leben, da kriegt wir uns niemals! Ha! Ha! Dein Glück ist nicht dabei! Brat! Das ist nicht dabei! Du hast Pech! Ja! Das könnte machen! Ja! Das kann er zwar auch gut, aber ich weiß nicht, ob der mich da kriegen wird! Hallo! Ich klicke! Hallo! Ich klicke! Ich klicke! Ja! Ja! schafft an die 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 schande und gerade noch safe hallo ist dann getroffen wie darf man mit steuer und kohlen zum murd und vorgab auf das selbe joshu und luigi sind die ellen weil sie wohl wieder nicht getroffen aber das emily und waluigi drei leben abgezockt 3 ist gar nichts bei jeder st die ich bin ich nicht einmal in die bank kommt das ist so ein betrug man ich habe ganze Ellenbuk auf ja was ist das nie weil ich so abwägen das ist ja ganz voll ich hab hier rücken muss du sollst glauben ich bin doch gar nicht dran ja doch mit äh ich ging es schon es ist immer ja wir haben ein Herz gewonnen in der Gift-Tour waren die zwei Sterne drin aber dafür bekommen wir jetzt eine Bestrafung K.G. Nein, ich will doch eigentlich jetzt reduziert haha 55 Herzen, bau der Junior Dreh durch Och ne hab drei Herzen verloren 6 Let's go Dann nehm kein Fahrt mehr auf wenn du es nicht willst 3 6 doch ich hab auch noch 2 ich hab einfach nur 6 Sag mal Pause, das ist langweilig in den Warten muss ey 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 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 6 5 5 6 7 7 9 10 11 6 7 8 9 9 10